Na gut, hier ist es natürlich ein ganz anderes Klima, aber das hat auch noch damit zu, man lernt so viele Leute kennen. Alle haben das gleiche Leiden, also sie haben was an den Zähnen, das festigt und dann hat man auch gute Kontakte und lustig, man kann lachen. Und das ist natürlich was anderes, als wenn du zu Hause zum Zahnarzt gehst, gehst in die Praxis und ja, also mir gefällt das. Und dann geht das ja auch schneller. Bei uns hätten wir dann vielleicht 20 Termine für das und hier bin ich jetzt drei Tage und kann wieder nach Hause und habe Ruhe für ein halbes Jahr. Das schätze ich.